Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Stellst du dir gerade die Frage, wie es mit deinem Leben weitergehen soll? Gibt es da dieses eine Problem, das deine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und dich so sehr auslaugt, dass dein Herz nicht mehr zur Ruhe kommt? Egal wie oft du es schon getan hast, egal wie schwer es dir fällt, bitte tu es weiterhin. Suche die Nähe Gottes, jetzt erst recht. David, mit dem ich mich so gut identifizieren kann, ja, David, dieser Mann nach Gottes Herzen, kannte diese Phasen genauso. Er sagte in Psalm 30, 7, als es mir gut ging, war ich sorglos, kennen wir was. Doch der Vers geht weiter. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. Oh, das kennen wir auch. Ich möchte fast sagen, David hat diese Phase für uns schon erlebt. Deswegen müssen wir uns nicht in das gleiche Loch fallen lassen wie er, sondern sollten aus seiner Erfahrung lernen. Denn schon im nächsten Kapitel sagt er, bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden. Noch einmal, suche weiterhin seine Nähe, denn dort wirst du immer und immer wieder Zuflucht finden. Und um dort ankommen zu können, musst du dir folgende Fragen stellen. Denn erstens, glaubst du denn wirklich, dass Gott alle Macht hat? Herr, allmächtiger Gott, durch deine starke Hand und deine Macht hast du den Himmel und die Erde erschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Jeremia 32, 17 Zweitens, glaubst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Der Herr ist gütig zu allen und sein Erbarmen gilt jedem seiner Geschöpfe. Psalm 145, 9 Drittens, glaubst du wirklich, dass Gott in seiner Allmacht selbst aus dieser Situation etwas Gutes zum Vorschein bringen wird? Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Römer 8, 28 Ich bete, dass dir diese Fragen helfen werden, deine aktuelle Situation zu reflektieren und Gott darin zu erkennen. Denn vielleicht wirst du sogar aufgrund dieses Problems auf einem neuen, dem für dich vorbestimmten Weg gehen. Ich glaube, du auch. Danke für dich! Von der Hoffnung zum Wunder Auf gottkennen.de findest du Antworten auf verschiedene Fragen, Menschen, die von ihren persönlichen Storys mit Gott erzählen und sogar die Möglichkeit, an Online-Kursen teilzunehmen. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf jeden Fall. Auf gottkennen.de findest du Antworten auf jeden Fall. Vielen Dank.